Morgen schon hat Gold im Mund. Nein, nicht ganz. Aber ähnlich. Vielleicht der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, genau. Ich habe hier ganz viel mitnehmen können. Ich habe gelernt, was ich beachten muss, wenn ich einen Film drehen möchte, wie ich den technisch umsetzen kann. Ich habe einige Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen das auch ganz leicht geht. Es war total klasse. Ich habe hier super Leute kennengelernt. Wir hatten tierisch viel Spaß und vor allem durften wir das Ganze ja auch praktisch üben. Und ich glaube, ich habe noch nicht so viel Spaß bei dem Seminar. Es war super. Nicht so ganz mittig. Und warum möchtest du Schauspielerin werden? Weil ich auf die Bühne gehöre. Ah! 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 Ah!